You're in the fight, what a fight! It's all here tonight, time to die! Insofern hoffe ich einfach mal, dass es jetzt nächste Woche klappt und wenn nicht, dann musst du allmählich mal so ein paar Striche ziehen. Aber wir schauen mal nächste Woche noch, ich hab mal noch ein bisschen Geduld. Zweite Sache, richtig viel sorry für dieses LP gerade, und zwar als das letzte Mal Diablo 2 nicht ging, auf technischen Mängeln, habe ich ja vorgezogen schon Empire at War mit dem Todesstern wieder neu aufgenommen. So, und da habe ich aber die anderen Folgen noch nicht hochgeladen, deswegen habe ich gar nicht gesehen, dass ihr alle unbedingt sehen wollt, dass ich Hort vernichten soll. Sorry, 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 aber ich glaube ich werde das nicht mehr nachholen, weil ich eigentlich keine Lust mehr habe, weil ich jetzt eigentlich schon gerne die Rebellen hier machen will. Insofern tut mir wirklich leid, dass ich das nicht mache, dass ich jetzt wirklich alle Planeten einfach so zermalmt habe, und ja, ich hoffe ihr verzeiht mir das. Ich konnte es ja nicht ahnen, also ich habe das Video gemacht, dann habe ich die anderen hochgeladen, dann habe ich alle gesehen, mach Hort, mach Hort, mach Hort, hab ich mir gedacht, scheiße hier. Ja, aber leider ging es ja auch nicht anders, weil es war ja schon ungefähr Sonntag, als das Video hochgeladen war, und dann direkt den Tag darauf muss ich wieder arbeiten, da hatte ich kaum noch Zeit gehabt, gerade noch genug rum zu rendern. Ah, naja, jetzt machen wir mal die Rebellen, hoffen wir mal, dass das Intro funktioniert. L2D2, naja, mehr oder weniger. Gucken wir mal. Ah, ja. Und, kommt was, kommt was, kommt was, kommt was? Nope, auch hier kommt nichts, das heißt ich cutte mal. An diesem Sternzerstörer kommen wir nicht vorbei. Hätten uns die Physianer nicht warnen sollen? Es war nicht ihre Schuld. Die Verstaatlichung wurde nicht angekündigt. Der Imperator liebt kleine Überraschungen. Und was jetzt? Wenn die Tyranie hier ist, ist sie nicht auf ihrer normalen Station. Und sie ist normalerweise stationiert auf... Kuat, die Werften des Imperiums? Ja, ich glaube wir kriegen ihre Aufmerksamkeit. Okay, wir müssen so viel zerstören wie wir können und es muss schnell gehen. C3PO? Ja, Sir. R2 soll alle Befehlskanäle des Imperiums überwachen und nach Gerede über unseren Einsatz scannen. Der Alarm wird unmittelbar ausgelöst und die Verstärkungen sind nicht weit. Wir müssen genügend Schaden anrichten, um die Tyranie hierher zurückzulocken. Regnerische Truppen! Melde mich wie befohlen, Commander. Ziel bestätigt. Ja, es geht los mit der Rebellen-Kampagne hier. Und das auch mal wieder ohne Intro. Ich weiß gar nicht warum. Ähm, erst bis zu einer Rebellen. Wir werden von Rebellen angegriffen. Er bitten Unterstützung! Ja. Hier spricht die Tyranie. Eure Satellitenstellungen sind stark genug für jede Rebellenflotte. Aktiviert sie! Ja, ich hatte glaube ich meine Fresse, weil hier kommt ein Haufen Gespräche. Oh mein Gott, Scouts! Zink bestätigt! Korrigiere Kurs! Ich kann aber nicht laufen! Waffengätter! Geheimat! Äh, hallo? Hööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ja, die erste Mission zieht sich ein bisschen, obwohl sie pipifaxi einfach ist. Wenn sie mal schießen würden. Die erste Rebellen müssen uns auf jeden Fall bombastisch machen. Die erste Mission zieht sich ein bisschen, aber sie hat sich wieder ausgemacht. So, mal ein bisschen beschleunigen hier. So. Du hast an alle eterialen Reinheiten. Wir werden von starken Rebellentruppen belagert. Alle Schiffe im Sektor antworten. Notfallcode Null. Hier ist die Tyranny. Reagieren auf Code Null. Seid euch im Klaren, dass ihr die Pläne von Lord Vader persönlich stört. Wenn ihr diesen Code leichtfertig benutzt habt, müsst ihr euch vor ihm verantworten. Seht aus, als hätten wir ihre Aufmerksamkeit erregt. Und jetzt nichts wie weg hier. An der Tyranny kommen wir nicht vorbei, aber wir haben sie gerade zur Hälfte vernichtet. Aha. Fail? Die Tyranny und ihre Flotte werden während der Reparatur höchstwahrscheinlich auf ihrem Posten bleiben. Die Zerstörung, der Kuat werft, sollte sie für längere Zeit ablenken. Dann sind da noch die X-Wings auf Fresia, um die wir uns kümmern müssen. Captain! Unsere Scanner zeigen an, dass die Tyranny vor ihrem Abflug nach Kuat mehrere Wächterdrohnen abgesetzt hat. Das fresianische System ist abgesperrt. Verdammt! Wir hätten ihm nur die ganze Flotte des Imperiums im Nacken. Entschuldigung, Sir. Aber ich glaube, R2 könnte die Daten der Imperialen Uplinkstation auf WLAN stehlen und unsere Schiffe registrieren. Die Wächter um Fresia würden uns dann durchlassen. Kein schlechter Plan, C-3PO. Aber ihr Droiden schafft es niemals allein bis dorthin. Ihr braucht eine stattliche Eskorte von Bodentruppen, um überhaupt eine Chance zu haben. Aber Sir, ich glaube, meine Anwesenheit dort ist nicht vonnöten. Du kannst nicht deinen Plan aushacken und dann jemand anderen die Lobby in einheimsen lassen, C-3PO. Wir können Fresia nicht angreifen, wenn ihr euch nicht in das imperiale Netzwerk auf WLAN hackt. Wir zählen auf euch. Einsatzlogbuch aktualisiert. Aufbau beginnt. Aufbau beginnt. Aufbau beginnt. Ja, schon die erste Mission der Rebellen ist nicht gerade so meine Lieblingsmission, weil es einfach nur Kacke ist. Gebäude wird errichtet. Aber naja, ich erzähle jetzt so viel. Ich tue erstmal hier alles schön bauen. Wir haben Monotma als Helden, Anführerin der Rebellion. Naja, naja. Kann nix im Kampf. Ist so gesehen unwichtig. Dann haben wir noch Captain Tinnis. Den haben wir ja gerade gesehen mit seinen Dingen da. Ist so ein Schiff wie die Koreanische Fregatte. Als Schiffe haben wir gerade mal die Z95er. Die Vor-Vor-Vor-Vor-Vor-Vor-Vor-Vor-Vor-Vor-Vor-Vor-Vor Läufer der X-Wings. Konstruktion abgeschlossen Konstruktion abgeschlossen Konstruktion abgeschlossen Warum schnappst du hier? Warum schnappst du hier? Ja, du schnappst doch mal. Ja, guck mal hier, Quad. Pfff... Fail! Ach, kann man eigentlich direkt mal machen, ne? Ach, wie war das noch mal? Wie war das noch mal? Wie habe ich die Rebellen-Armee immer gesetzt? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Ist auch egal. So, die Rebellen haben einen netten Vorteil. Den werde ich euch gleich mal sagen. Und zwar, wenn die Rebellen eine Gruppe im Orbit haben, von, sagen wir mal, mindestens drei Truppen, ich stecke jetzt mal so einen hin, dann können wir einfach einen Überfallangriff machen auf dem Planeten. Ja, was ist ein Überfallangriff? Ein Überfallangriff ist nichts anderes, als dass ihr die Raumstation, also die Raumstation, des Gegners umgeht und direkt zum Bodenangriff übergreift. Das ist scheiße fies. Weil, naja, so können die Rebellen mal eben so eine riesige Raumflotte umgehen, und sich mal eben so aus Spaß an der Freude, sagen wir mal, ähm, ja, an den Bodentrum vergreifen, wenn die schwach sind, dann läuft das. So, das machen wir mal selber, weil das die erste Mission-Rebellen ist. Und Kurt war nicht gerade die beschissenste Map. Was war die beschissenste Map? Äh... Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist hier die Stimme ein bisschen angenehmer. Wir müssen dem Imperium beweisen, dass es mit uns rechnen muss. Setz ein paar Truppen ab und führt diesen Beweis. Äh, mit uns rechnen muss. Okay, also laut deiner Aussage bedeutet das, ich setze meine Truppen ab, geh kurz zu den Imperialen und sag mir, hallo, hier bin ich und verbiss mich wieder, oder wie? Äh, hä? Wir hätten dich zum Kommandeur erklärt, mal ganz ehrlich. Ach ja, wir haben ja eine Spezialattackmasse, das ist denn normal. Einen Gegner jagen. Ich glaube, die würde ich relativ selten einsetzen, mit Ausnahme wollen... What? Oh. Nicht gut. Swootbikes. Die Teile habe ich euch gar nicht gezeigt. Ähm, die Dinger sind scheiße fies. Was ist hier? Wir sind unterwegs. Ja, und der Gegner ist natürlich so intelligent und nutzt seine Fähigkeiten perfekt aus. So, warum verliert die Halle ihren Schild, obwohl er nur einen anschießt? Fragezeichen? Brenner, Schau verstanden, Aufmaß! Ohohohohoho, ohohohohoho. Oh, der befetzt mal alle, bevor ich das machen kann. Ich bin frei! Wartenschein? Oh nein! Lauf mal da rüber! Nix hier geht klar, mach halt auch! Kann ich nicht überfahren damit? Nein, kann ich natürlich nicht! Warum sollte ich es auch können? Oh! Ne, nicht noch so ne Mine legen! Ist nicht schlimm? Für meine Fahrzeuge ein bisschen weniger. Ähm... ...und er weg ist! Unser Post! Kurz berechnet! Du 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 du... ...öhh jaaa! Dankeschön! Bereit! Verteilt euch Männer! Weicht in den Beschubung aus! Ich glaube ich hab den Feind ein kleines bisschen unterschätzt. Für die Ländler! Aber noch ein klitzel kleines bisschen! Also ich weiß ja nicht wie es euch geht! Aber, die lecken mal fest! Ihr meint meine Toppen hier! Oh ja, und dann wollte ich kurz noch ein Zeichen in die Luft jagen. So, Suizid begehen, ne? Oh... Was ist denn das da? Ein Fahrzeug abwehren, natürlich, natürlich. Habe ich mal erwähnt, dass die T2B-Panzer als Gegner ekelhaft sind und als, ähm... Wenn ich sie selber bespiele, total scheiße sind? Ich meine, die machen ja gar keinen Schaden. Oh nein, du kommst hier nicht durch. Ja, du öffnest natürlich ihn. Sei froh, dass er Suizid begehen wollte. Äh, Suizidgefährdete Panzer. Äh, Suizidgefährdete Panzer. What the fuck? Wow, wir haben die Einung des Planeten ausgerottet. Und sie lebten in einem Haus. Cool. Ich wusste gar nicht, dass so viele da leben. So war es mit der Imperialen Armee. Sie sollte ja zu Beginn nicht so schlimm sein. Kundschafter, cool. Okay, der kommt von der Dingens da. Dingens Kirschens da. Hä? Ich hab dich doch zerstört! Geil, wir haben einen Bauplatz erarbeitet. Was juckt mich, der Bauplatz? Geil. 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 So, stirb. Oh, die Y-B-Song-Wings. Die sehen irgendwie komisch aus und ein bisschen klein. Vielleicht nicht sagen wir mal, dass sie so weit weg sind. Sind im Übrigen genauso effektiv wie die TIE-Bomber. Wäre auch lachhaft, wenn sie schwächer wären. Oder stärker. Je nachdem, wie man es halt sieht. Ich bin bereit, dass sie so weit weg sind. Ich bin bereit, dass sie so weit weg sind. Juh, aber den ersten Pläten haben wir uns besetzt. Haben wir mal eben so geholt. Wir haben alle so viel Angst vor Kurt gehabt, aber irgendwie war das doch hier unten so ein bisschen komisch, ne? Jetzt mal an die andere Mucke gewöhnen. Boah, wir haben Kurt besetzt. Normalerweise muss irgendwo eine Sternzerstörung rumkriechen, oder? Ich weiß gar nicht, kann das sein? Wir haben ja keine Lust auf Kobe-Bahn gerade. Aber dann liegt's nur. So, holen wir uns erstmal unsere Flotte zusammen. Und dann holen wir uns Kobe-Bahn. Und dann machen wir erst Wayland. Ich könnte zwar auch einen Überfallangriff machen, aber die Raumtruppen bleiben ja trotzdem da. Wobei man so die Stationen, die Raumschutzung vernichten kann. Also wenn ihr den Pläten besetzt mit den Überfallangriffen, dann könnt ihr die Raumschutzung vernichten. Das heißt, da ist eine Raumschutzungstufe 5, sagen wir mal. Und dann, ja, macht ihr die eben so platt. Indem ihr den Pläten dann besetzt habt, und dann ist die Raumschutzung ja kaputt. Zu befehlen. Das ist der reingste Blindflug in dem Bereich. Wir vermuten, dass dieser Planet über starke Verteidigungsanlagen verfügt. Wir vertrauen darauf, dass ihr alle feindlichen Truppen beseitigt, damit unsere Bodentruppen vorrücken können. Ja, keine Bange. Ihr habt ein Problem, dass die Rebellen ein ziemliches Manko um an Jagdflugzeugen haben werden. Die haben auch Gegnerjagen. Na, dann fangen wir an. Die können hier noch Junker nun ansetzen, um die Schilder des Gegners auszuschalten. Nicht, aber nicht doof, Fille. Ich hoffe, die halten ein bisschen mehr aus, als die Taibomber. Mir fällt gerade auf, jetzt gar keine Raumstation. Das ist angenehm. Nein, das ist angenehm. Sonst hätte ich ein Problem. Ähm, sollte das zum Aufwärmen werden, oder sollte das jetzt wirklich eine Herausforderung sein? Das war mir richtig lustig. Konstruktion abgeschlossen. So, ich zeig euch mal, wie es läuft. Mit dem Überfallangriff, so wie hier drei Truppen überfallen. So, die waren überhaupt nicht im Raum, die fangen sofort an. Ja, ich schaffe es aber nicht, das Ding zu besetzen. Ich habe so das Gefühl, es lebt leider gar keiner mehr. Lebt da noch einer? Ähm... So. Überfall. Ich habe Bock, das selber zu machen, das nervt mich. Ja! Wir haben verloren, wir haben alle unsere Einheiten verloren, aber irgendwie war auf dem Planeten gar nichts mehr. So, nenne mir jetzt bitte den Grund, warum wir abgekackt haben. Darf ich schon da hingehen? Ich hatte es doch, ich darf schon da hingehen. Ach, wie schön, da ist ja gar nichts. Das ist gut. Können die einfach immer so bleiben, und dann schnappe ich mir gleich so eine kleine Gruppe zusammen und schnappe mir dann Wayland. Ja, das machen wir dann. So, ich muss auch mal wieder anfangen mit dem kleinen Geld. Zu hapern, zu sparen, vielleicht auch. Ähm... Ne, meine Kosten, die Infanteristen, relativ wenig. Einziges Problem, die Infanteristen sind wirklich so gesehen das Einzige, was ich wirklich mehr holen kann bei den Rebellen. Irgendwie. Und das Großteil davon fehlt mir irgendwie so ein bisschen. Wobei ich mal mobbe mal gerne woanders hätte, denn die gibt mir ja Bonus. Ähm, geh mal da hin. Ja, ne Frau und dann plötzlich so eine Männerstimme. Das macht Sinn! Oh Gott. So. Ein paar Truppen schadet ja nicht. Und dann sehen wir uns gleich schon im nächsten Part. Wenn ich den Knopf finde.